Und zur zweiten Folge bei Yoniq mit mir zusammen sieht er der liebe Chang Hallo Bei mir ist der erste Folge Minecraft Tech Ja weil es gibt einen deutschen Bug Es passiert und zwar ist seine Folge irgendwie verpackt und deswegen kann man die natürlich keinen anbieten Und er kann sie natürlich dann auch so nicht hochladen Hier Ja gut Letzte Folge war schon ein bisschen vor Kunden Und dann haben wir wieder ganz gut in die Klinik Die Klinik Ja auch hier Das war jetzt ein Dings Also ich fang an mit dem Ich fang an mit dem Mein Prozent mit dem Hausbau, weil das ist nicht so, das war, das sind sehr kurzgekommen In den letzten Ich fang an mit einem Generator Ja, ich glaube Changs gibt es hier ein Chess Gibt es hier ein Chess-Transporter Weiß ich gerade nicht Gibt es nicht Ja gut Anle ich einfach anfangen, hier mal zu bauen Da seht ihr wir wollen diese drei Bäume irgendwie miteinander verkleiden Was auch ein bisschen schwer wird, weil die Sterne aneinanderstehen Ich weiß nicht, wenn ich so ein kleines Haus baufe Und das kam dann so ein Tunnel in so einen Baum rein Ja. Oh. Okay, ich benutze nicht den kaputten Baum, ich benutze den heilen Baum. Ganz außen. Was fehlt mir denn jetzt noch alles für den Survival Generator? Den Baum. Äh, nicht oben. Wenn ihr sehen wollt, also wenn ihr die technischen Sachen alles sehen wollt, schaut auf jeden Fall beim Changs auch vorbei. Dein Kanal ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Haben wir denn eigentlich noch? Ja, haben wir noch. Wir haben fast keine Kohle mehr, Herr Bram. Ich weiß, wir haben gar keine Kohle. Ich hab keine Kohle in dieses Projekt gefunden. Ich ein bisschen was. Ich hab gar nichts. Ich hab auch sieben Steaks. Eins, zwei, so. So lege ich jetzt dann da rein. Ist jetzt auch egal. Äh, Changs wollen wir nicht direkt schon umziehen, weil das wär ein bisschen einfacher, als wenn wir jetzt ständig von Folge zu Folge umlaufen müssten. Mhm. Ja, schon eigentlich besser, aber... Dann kümmert du dich mal um den Umzug und ich kümmere mich um das auch weiter. Ja. Was würdest du sagen, wo soll ich die Kisten überall hinsch... also wo soll ich die Kisten hinstellen? Äh, zum äußer... Zum äußersten... Zum äußersten Baum. Okay. Also, haben wir noch ein bisschen Leather? Äh, ja. Ja, müssen wir. Dachbackpacks, genau. Die müssen wir uns auch machen. Ich baue mal zwei Stück. Für dich ja nachher... Nein, für dich ja nachher... Nein, für dich ja nachher... Fuck, das ist ein Creeper. Runterloggen! Bevor er explodiert! Oh! Oh, jetzt noch warten kann. Übelste. Bei mir auch. Ein Domino-Special. Der Prime-Kummer. Ja, ich hab... Nuklear-Pause-Favorite. He's a follow-anoint. He's carrying... Ist in... Ist mal fast runterfallen. Ja, and the door sticks in hunger. Okay. Ich hab'n B-B-Kicker gekraftet. Ja, du hast mir eins runtergeschmissen. Ja. Ah, so... Ich fang' schon mal ein bisschen an mit Marvel-Form. Ach, ich hab' schon mal raus. Ich hab' auch noch Angst mit mir gerade gemacht. Wie viele Erfolge bekommst du eigentlich gerade? Keine Ahnung. Da seht ihr mal, Leute, wie viele Mods wir eigentlich schon drauf haben. Darum seht ihr es nicht, wie das ist immer da schade. Doch da. 203 Mods loaded. Und... 198 sind davon nur aktiv. Okay, was heißt hier? Nur... Das raubt schon... 1 Giga... Fast 1,5 Gigabyte. SmartPack. Dann nehm' ich auch schon mal ein paar Sachen mit. Ich hab' die... Ich hab' zwei drei Kisten gerade dabei. Ja. So, ich geh' jetzt... So... Ich hab' die Betten mitgenommen, ne? Ja. Langweilung, ein bisschen so rumzulaufen. Boah, ich hab' so kleinen Lecks immer mit dem Stadion gehe. Ja, ich... Wie viele... Äh, ich hab' auf 16 gestellt. Könnte da ranliegen. Worauf 16? Render Distance. Ich hab' die auf 7. Äh, den zerstörten Baum nehmen wir nicht. Welchen willst du? Ach, da. 10. Ganz rechts. Da sind ja vier Räume. Kannst nicht zählen, wie du... Ach, da hinten ist auch noch einer. Ja, es sind vier. Fett. Ich nehm' wir. Hm... Na, jetzt haben wir die Qual der Wahl, ne? Ich bin nehm' den da hinten. Wenn wir uns nicht einen Schein kommen, nehm' wir für die dritte Variante. Wir nehm' den da hinten. Ja. Cool. Meins, 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 meins. Cool. Ach, hier meins, du hast was drin für die Jungen. Oh, hier ist irgendwie so dieser Gast Typ. Oh. Oh. Jetzt nicht richtig gut. Jetzt mal. Ich komme. Ab ihn. Ab ihn. Oh. Ach, hier ist noch einer. Da. Pass auf. Oh, Hilfe. Genau. Super. Also, ich dachte ich jede Folge gerne, Leute. Ja, ich auch. Ich muss dann geküllt werden. Schön. Hast du ihn? Ja. Der Auranota in der Mitte hat die alle gespawnt. Ja, ja, ich weiß. Aber letzte Folge war schon einer. Wo ist jetzt mein Grab? Ja. Da, der liegt da. Kurz fürs Essen und hingehen. Ich wollte Kohle mitnehmen. Ja. Ja, hier. Oder? Wann bin ich zu blöd ein Stück Kohle? Ja, ich habe mich die ganze Zeit bewegt, damit ich nicht auf so ein Ding komme. Ich stelle die Kisten einfach mal da vorne hin. Oh, der Baum ist auch ganz schön gewachsen. Wieso? Wir müssen jetzt nur irgendwie ein bisschen auf dieses verseuchte Gebiet aufpassen, dass es nicht zu nahe kommt. Ja. Gut. Ich habe die wichtigsten Sachen mitgenommen. Gut. Der Sonneprojekt wird auch entleeren. Naja, ich muss mir jetzt auch noch entleeren. Ich habe eine Pizza gefunden. Green. Der bekommt alle 10 Hungerbalken wieder voll mit. Ich weiß. Hier hinten sind mal zwei Öfen für mich, für den Hausbau. Yo. Ich brauche einen. Dann schelle ich hier meinen Generator auf. Produzierte Generator. Oh, what the heck? Wie viel Kohle hast du? Danke kurz. Ich muss vielleicht was nachziehen. Ah, ich brauche einen Sch... Du kannst die Öfen beide benutzen. Äh, okay doch nicht. Ich brauche... Ich brauche einen für überseilt. Ich nehme mir die Hälfte von Kohle raus. Ich brauche einen Sch... Schüssel. Ich brauche einen Schüssel. Schüssel. Ich brauche einen Schüssel von der Schüssel-Mod gerne. Ist jetzt aber egal. Schüssel... Ach da. Ach, ihr? Ach hier auch der Prime, da ist ein Skelettek der Dir! Ach, cool. Ich brauche 6... Ok, fünfeig. Oh, cool. Das hat Osnium geboten getropst. Nice! Auch ich habe gewonnen. Hast du auch andere Schuhe für mich? Deswegen hab ich mir ja gewöhnt. Achja, Jetpack. Das brauch ich. Haben wir irgendwo Eisen? Nein. Haben wir schon Osmium? Nein, haben wir nicht. Electric Jetpack. Vielleicht das Ding ist, wir haben noch voll viel drüben. Gelagert. Oh, hier sind sogar rubber trees. Soll ich mal farmen gehen? Ja, mach ich mal. Gut. Ich kümmere mich um den Haus bei Juhu. Welche Spannendste? Hab ich mir auch selber ausgedrückt? Ja. Ich hab mal aufgeschenkt, ich hab mich getrunken. Wenn man schon ab aufnommen läuft, flüssig, auch immer. Äh, Kruppeohr brauchen kann nicht. Marble. Ich werd irgendwie jetzt erstmal bei dem Projekt noch nicht so mit Vitali anfangen. Ich hoffe, wenn man... Rot und... Geld... Ach komm. Ja. Leute, ey, das ist so geil. Chank mit Frank. Alles klar. Ruf dich einfach mal. Wir haben eine Döda aufnommen. Chank Mutier doch einfach. Ja, warte. Äh, nicht meine Mutier doch einfach, wenn du Frank rufen wirst. So, ich hab, äh, jetzt alle Material ein bisschen weiß. Kohlohr. Geil. Ich hab noch so einen riesigen Baum gefunden. Ich werd dann gleich ne Katz setzen, glaub ich. Nein, es gibt keinen Katz. Oh. Es ist alles an Katz. Ich hab Kohle gefunden. Super. Du könntest mir helfen, wenn du mir einen Vulkan findest. Ich hab 16 Kohle Ohr. So. I need Eisen. Eisen is what I need. Hey, hey. Oh, ich hab gar keine Blöcke zum Hochbonkradler. Da ist ein Schild. Ja, hier ist ein Schild. Ey, das ist ein Schild. Ja. Warum bekomm ich so viel Fallschaden, Mensch? Das ist ein Schild. Ey, hier ist vorne mehr Modärzte als normale Ärzte. Bauen wir auch an. Ja, kannst du mal mitnehmen. Okay, lass dich da. Oh, ich bin weg. Tschüss. Ich lehne auch gerade weg. Weil... Weil da ein paar Skelette, Enderman und Zombies sind. Ich hab 2 Eisen gefunden, endlich. Geil, ich hab immer als gefunden. Cool, ich hab 3 Eisen gefunden. Ich werde grad die verfolgt. Oder? Bravo. So, gut, jetzt reicht die Emma aus. Jetzt kann ich die Emma ganz gechillt abfauen. Reicht dir ja langsam mal hier mit den ganzen Sackfieren? Du willst ja 4 grad. Ich hab gerade 8. Ich glaub, wir müssen uns irgendwann mal eine Query bauen. Die Query ist so, ich glaub, das nächste Ziel. Vor meinem E-System oder nach meinem E-System? Vor. Okay. Weil, ich glaube so... Ich geh schlafen. Ja, ich... Warte, ich will auch noch schlafen kommen. Nicht schlafen gehen, bitte. Ich geh, ich bin schon in den Bett. Toll. Sorry. Den sag ich dich nicht mehr. Ich will aber in die Hügel gehen. Ja, ich will aber auch... Ich will auch mal mein Sponkrank besetzt bekommen haben. Ja gut, geh ich halt erkunden. Mann, meh. Das sind jetzt sehr gefies. Weil ich muss mich immer... Äh, leck das so. Äh, jetzt gerade leckt's bei mir nicht. Ich... Also, ich hätt' ja den Ultralen. Bei mir ist einfach der... Zombie von mir einfach nur stehen geblieben hat. Ich hinde auch noch. Vielleicht in das so weiterlieb. Äh, ja. Es ist einfach irgendwie weggerannt, der... Zombie von mir war. Äh. 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 Putt, putt, putt. Ich geh grad'n bisschen erkunden. Ey, haut der ab, der Kerl. Ich hab' mehr Lohn. Gut. Und er hat wieder tollen Legs. Juhu. 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 Kann ich aber. Juhu. 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 will nicht wissen ob du was halt gefunden hast ähm weiß ich grad nicht ja glaub schon irgendwo hier müsst ihr das Leben bring mir so viel wie möglich davon mit ja gut ja ich wollte das zum Haus bauen äh wie hoch geht's dir hier noch hoch hä wie geht denn das Carpenter auch das brauche ich die ja toll das ist ja echt kostenaufwendig was Carpenterblöcke ja dafür braucht man sehr viel Holz ich weiß ich bin grad dran zu craften hooo mich hat grad ein Skelett verfolgt mit Rüstung und Gräbeln ja wo geht's hier raus jetzt hier äh pass halt brauchst du ok genau Limestone ich mag kurz nachsehen wie der aussieht was ist das wofür bauen wir Limestone keine Ahnung äh pass halt man ey und schon ist mein ganzes Marmel an ich geh nochmal in den Dungeon rein ich geh nochmal in den Dungeon rein mach das vielleicht find ich da ja nice Rüstung oder so oder Basal das denk ich eher weniger ja ich brauch Basal mhm naja man ja hier ist zu viel Limestone ich brauch mehr was halt ey nicht Basal ja Basal Paul von Marmel ein Skelett ein Skelett mit guter Rüstung ein Skelett mit guter Rüstung geil alter Clay brauchen wir nicht ich traue es ja ja hmm sehr interessant jojo ich brauch Blöcke ich brauch Blöcke ich brauch Blöcke geil So, jetzt muss ich schnell laufen, schnell darüber laufen. Weißt du, was sie wie immer noch zum Lachen bringt? Was? Weißt du, was den Text, den Mysterious uns geschrieben hat? Nee. Welcher davon? Der Text, der uns geschrieben hat, warum wir nicht mehr mitmachen oder warum das Projekt zu ändern, so plötzlich. Ja, was ist damit? Ich finde es nur so witzig, wie viele Rechtschreibfehler der reingepackt hat. Geil, ein besseres Schwert. Also, das Projekt, das Projekt ist der Satz anfangen, wird anscheinend nicht großgeschrieben. Das Projekt ist auch kein Nomen und wird auch nicht großgeschrieben. Sehr verständlich. Nomen wird nicht großgeschrieben. Hier. Ähm, ist vorbi. Ist vorbei. Also, er hat ist vorbei, äh, vor, vorbi geschrieben, also mit IE. Es tut mir leid. Aber es ist nicht so, dass ihr rausgeworfen wurdet, rausgeworfen, auseinandergeschrieben. Aber ich habe, ich habe die Entscheidung gefällt und sie wollten wissen, wie der Rechtschreibfehler darin sind, dann kommt auch kein Komma oder Punkt hin. Ich glaube, der Kindergarten hat Fehler. Ja. Ich glaube, der Kindergarten hat Fehler. Was ist das? Ich muss mal rein. Zack. um und das letzte stand in der Ufer mich über die Läden Prozent die Tänke der Brunner und eine ich habe in diesem Team Report gemacht 2-8-1 geteamten ich habe natürlich aufeinander genommen die Wahlen ich fand das ist nicht gut dass man einfach so das Team jetzt einfach nur, weil ich es zu schlecht bin äh gibt es Carpenter durch? ok die Bauschwanne Mann, du bist Zombie Alter, das ist nicht so teuer sogar mit dir Spielzeuge kommt der daher alles klar alles klar jetzt habe ich jetzt zwei ich brauche noch einen Carpenter, weil ich mich verrasse ach jetzt schlafe ich auch mal so reinhalten achteisen so ja gut ach ein besseres Helm, nice warte mal kurz, Zombies, ich muss kurz meine Sachen einlagern oh Leute, ich wohne ja unter einer halben Stunde auch Eisenbüsche und Marvel ist vollkommen, nice ich muss mir mal sagen, wie aus dem Jungen aussieht mal tue Ja, wo kommt ein Anruf? Jo. Nice. Raus, Jun. Von den Mechanismen, ne? Jax? Ja, von Mechanismen. Das habe ich gerade gefunden. Nice, wie viel? Zwei. Es hat ein Maulhandy. Ich stelle dein Handy doch einfach plotlos. Na gut, ey, ey, ey. Da habe ich einfach nicht ausgedrückt. Ich habe vor mir liegen mein Handy und es ist auch lautlos. Und ich habe... So. Erstmal so drei Anrufe unter der Aufnahme. Ist hier das Beste. Du kennst das so, du nimmst... Du spielst gerade so. Du bekommst 400 Nachrichten. Du spielst nicht. Keine Nachricht kommt. Hatte ich auf jeden Fall immer schmort. Ostmögen ist alles so fleiß. Oh, hier ist noch mehr Eisen. Mehr Eisenbarsches und ein Tinbarsch. Das ist früher. Koppa. Koppa hat irgendwie so richtig viele verschiedene Farben. Guck mir vor. Ja. Hatte es auch, weil es von verschiedenen Mods ist. Oder von verschiedenen Mods gespawnt wird. So, das weg, das weg. So, jetzt habe ich wieder Platz im Winter. Wir brauchen ein paar Strings, Herr Braun. So, was ist denn das jetzt? Ja, was ist denn das? Wir brauchen ein paar Strings. Ich habe einen. Nur für eigentlich. Für die größeren Backpacks. Das braucht die Wäldchen. Hier, hier. Gut, entweder das ist unser Baum oder ein Neuer. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn ich dann die Pläne. Das kann ich hier versichern. Ja. Das kann ich hier. Das weiß ich auch selbst. Problem ist hier. Wir sind Hausfahrer richtig fehlgespawnt. Was? So, zwei. So, zwei. Weiß. Zweiunddreißig durch acht. Sind. Vier. Das schon. Ja, passt. Ne. Acht. 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 Ich bin es richtig. Aber, wie bitte arbeiten oder haben, aber, meiner meinst Muscle dann das? Baut abbildbar jetzt, die du merken, Sie soll das verhalten, es Police noch nicht festhalten was übernommen, die du enkeln. Baut oder vorne meinst du an diese Lecker? Na. Ja. 앙 Clip was raus. Jetzt ist der Lieber dran. утств. Schwenken. 다aterun. Auch meine Sachen D compartil brought. Abram. Ich weiß es noch nicht. Du stellst doch eh mal einen. Nie sieht nicht so aus wie unser Baum. Wer, wo bist denn du? Warte kurz, ich mach mal ein paar Säfte. Mann. So, was ist denn da? Geil, da steht genau am Meer. Wo bist denn du? Mein Körper? Gut. Wo bist du? Bei den Koordinaten... 48, 5 und minus 350. Okay, du bist sehr weit weg. Wir sind bei minus 1 und minus 65. Ja, so stimmt das. Nein, da ist es nicht. Hallo Cenk, falls du vielleicht noch in der Folge nach Hause kommen möchtest. Wäre jetzt der richtige Zeitpunkt zu kommen. Ich rate mal und ich glaube es geht in die Richtung. Rat ein bisschen nicht. Das ist nur schlecht. Was ist die zweite Koordinate? Minus 65. Okay. Hilfe. 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 Wir sind eigentlich zu viele Zombies. Ja, ich sammle gerade noch ein bisschen Essen ein beim Heimweg. Mein Schmerz ist kaputt. Mein Schmerz ist kaputt. Nein. Was ist passiert? Server Closed. Lol, Leute. Was? Was? Hä? Alter. Ja. Ja. Das ist mein... Warte, ich frag mal Steven. Ja. Ich glaub leider, aber das war's auch mit der freundlichen Folge. Ich glaub, wir sind eh schon über 15 Minuten dauer. Ja, bei mir auch, glaub ich. Also, tschau. Ich hoffe, ich hab das Video gefangen und bis zum nächsten Mal.